Das kam recht plötzlich. Es gibt ein Crossover zwischen Bone Daddy aus Overlord und Mr. I Am Atomic aus Eminence in the Shadows. Das Ganze ist ein Halloween Body Swap Special geworden und Eins und Sid haben quasi beide die Körper getauscht und wachten jeweils anderen auf. Aufwachen, ihr wisst was ich mein. Tja, da hat wohl ein Sulguns Immunität gegen Gedankenkontrolle, unter der er sonst recht doll leidet, die Kontrolle gegen seinen Körper und natürlich sein World Class Item wohl mächtig versagt. Spaß beiseite. Das Ganze ist ein kleines, lustiges Was-wäre-wenn-Video gezeichnet im Shibi-Style, wie auch schon Isekai-Quartett. Und das Ganze gibt es sogar gratis auf YouTube von offizieller Quelle. Aber derzeit leider nur auf Japanisch. Ihr müsst also mit Untertiteln gucken. Okay, und das war's auch schon. Und ich sage danke fürs Zuschauen und danke an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support und habt einen guten Tag.